Kup, 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 kup! Das kann ich jetzt hier nicht sagen. Keines! Ich will alle Schimpfwörter immer benutzen können. Hodenkobold. Hurensohn. Das ist Klassiker. Ich fluche auch privat extrem vieles. Manchmal denke ich mir so, okay, wenn meine Mutter mich sprechen hört, was denkt sie eigentlich? Fuck. Alter, mit 60 jetzt? Hast du mal die Schublade hier angeguckt? Ich würde mir einfach direkt zwei kleine Rollis unten an die Brüste anmachen lassen. Zählt das als Schönheits-OP? Ja. Ja, ich denke dann doch, dass ich dann mit 60 einfach auch mal versuchen würde, diese Penisverkleinerung einfach zu machen, weil irgendwann nervt es ja auch. Mit 37, wenn dein Testosteron dippt und die Haare ausfallen, das wird bei dir passiert. Ja. Wenn du dünn wirst und schwach, dann, äh, dann, 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 dann baller ich mit Testosteron, Wachstumshormonen, äh, dann geb ich mir auf jeden Fall so Fake-Apps, alles. Und mit 60? Machen wir es nochmal. Oh ja, ich finde es immer unglaubwürdig, wenn so in deutschen Filmen so arme Familien, die Probleme haben, in so krassen Wohnungen wohnen. Die wohnen dann so in Prenzlauer Berg, in so einer Fünf-Zimmer-Wohnung-Altbau, wo du weißt, dann kannst du einfach mal locker 3000 Euro. Ich finde es immer unglaubwürdig, wenn im Film Leute morgens einfach so aufstehen. Niemand macht so, zuerst hast du doch die zehn Minuten, wo du so, Leute, echt jetzt. Schlecht, ey. Tja. Das nur für euch. Ja, noch einer hinterher. Was habt ihr die letzten zwei Jahre gemacht, hä? Habt ihr vielleicht Netflix geschaut? Ist das vielleicht Kultur? Aha. Musik gehört? Nie. Also. Nächst, ich wische weiter. Ich google ab und zu Pressekritiken von mir. So alle frei, war ja gut. Das finde ich ein bisschen unangenehm. Frag mich mal nach Daten, die mich nicht in Verlegenheit bringen würden. Also da ist vieles, also es ist viel Unangenehmes dabei. Ja, ich glaube, wenn da irgendwas drinsteht mit Deckhengs 57, das wäre mir schon ein bisschen unangenehm. Wann gehst du nach Istanbul? Für die Haare Plantation. Äh, gar nie. Muss ich das beantworten euch, ja? Wie kriegt man solche Haut, ohne dass man in der Maske war? Wow. Lieber Tobi, wie kommt es, dass du so hammerscharf bist? Äh, ja, es liegt in der Familie. Ich habe das auch schon ganz oft meine Eltern gefragt und mein Vater meinte dann nur so, mein Sohn. Ist so da. Ist in dem Samen der Freudenteil-Familie weitergegeben worden. Und wir benutzen sehr viele Massagegeräte. Sag mal, hier die Sache mit dem Porno. Ja. Finde ich denn das? Man findet es nicht mehr auf Paula, wenn man es oft. Oh, da muss ich mal gucken. Ähm, ja. Dann muss ich jetzt das vorlesen. Äh, liebe Rebecca, wollte die letzten Tage schon mal mit dir reden, von wegen Feedback und dem, ähm, nächsten BO. Ist das ein BO? Ja, das wollen jetzt alle wissen. Ja. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in den Kommis. Ich dachte, ich hätte mein Handy mitgenommen. Bist du meins benutzen? Jetzt wird es geil. Ich schau nicht, was es ist. Hey, du bist im Fall. Ist sie nicht großartig? Das ist, das hat Mut. Digi, viel Spaß in Köln. Zerfixt dann ab 3000 morgen. Ausrufezeichen.